Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, heute ist ein wichtiger Meilenstein auf deinem Weg, denn die Früchte deiner Arbeit und deines Engagements sind endlich in Reichweite. Eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung oder ein neues, herausforderndes Projekt könnten sich für dich abzeichnen und deine harte Arbeit und Ausdauer belohnen. Auch in deinem Liebesleben stehen einige erfreuliche Entwicklungen bevor. Diese Belohnungen sind ein Beweis für deine außergewöhnlichen Bemühungen und du solltest sie mit der für dein Sternzeichen typischen Anmut und Gelassenheit annehmen. Genieße diesen Tag mit vollem Einsatz in all deinen Unternehmungen. Beleuchte deine Aufgaben mit deinem inneren Licht und du wirst feststellen, dass deine Bemühungen Anerkennung und Respekt finden. Schenke auch dir selbst das gleiche Maß an Aufmerksamkeit und Fürsorge. Treibe Sport, der deinen Körper verjungt, gönne dir eine Mahlzeit, die deine Seele nährt, und gönne dir vor dem Schlafengehen eine ruhige Zeit, um dich zu entspannen und über die Leistungen des Tages nachzudenken. Dieser ausgewogene Ansatz wird nicht nur dein Berufsleben verbessern, sondern auch dein Wohlbefinden erhalten. Halte einen Notizblock und einen Stift bereit, denn Inspiration und innovative Ideen für deine Karriere könnten unerwartet auftauchen. Sei wachsam und beobachtend, denn selbst ein beiläufiges Gespräch im Supermarkt könnte dir die Lösung oder Gelegenheit bieten, nach der du schon lange suchst. Auch das Knüpfen von Kontakten an unwahrscheinlichen Orten kann dir neue Möglichkeiten eröffnen. Was dein Privatleben angeht, ist dies ein hervorragender Tag, um etwas Aufregung und Neues in deine Beziehung zu bringen. Überlege dir, ob ihr gemeinsam einen Wettbewerb veranstalten oder einen spannenden Film ansehen solltet, um den Funken in eurer Beziehung neu zu entfachen. Solche Erlebnisse können eure Beziehung neu beleben und die anfängliche Aufregung zurückbringen, die euch zusammengebracht hat. In finanzieller Hinsicht deuten die Sterne auf eine vielversprechende Entwicklung hin zu Stabilität und Wachstum hin. Auch wenn ein großer Reichtum nicht unmittelbar bevorsteht, solltest du bei deiner Arbeit nach Möglichkeiten Ausschau halten, die zu finanziellen Gewinnen führen könnten. Sei proaktiv und innovativ, denn deine Bemühungen könnten zu einem Bonus, einer Gehaltserhöhung oder sogar zu einer angenehmen Überraschung durch eine frühere Investition führen. Auch wenn diese Gewinne bescheiden sind, sind sie ein wichtiger Schritt in eine bessere Zukunft. Da Mars in Schütze im Quadrat zu Saturn in Fische steht, bist du heute in der Lage, Hindernisse, die dich bisher zurückgehalten haben, zu überwinden. Sei vorsichtig im Umgang mit Autoritätspersonen, denn die Planetenausrichtung ermutigt dich zu Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen. Deine Widerstandsfähigkeit und dein starker Wille sind deine größten Trümpfe, um diese Dynamik zu meistern. Nimm diese Gelegenheit zum Wachstum wahr und setze deinen Weg mit Entschlossenheit und Geduld fort. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Teufelskarte symbolisiert Knechtschaft, Versuchung und Materialismus. Sie steht oft für eine Situation, in der du dich durch ungesunde Anhaftungen oder Wünsche gefangen fühlst. Für den heutigen Tag legt der Teufel nahe, dass du auf alle selbst auferlegten Beschränkungen, Süchte oder Besessenheiten achten solltest, die dich vielleicht zurückhalten. Er erinnert dich daran, dich von negativen Einflüssen zu befreien und die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen. Der König der Münzen ist eine Karte des finanziellen Erfolgs, der Stabilität und der verantwortungsvollen Führung. Diese Karte steht für eine Person, die praktisch, zuverlässig und geschickt im Umgang mit materiellen Ressourcen ist. Heute bedeutet der König der Münzen, dass du in der Lage bist, deine finanziellen oder materiellen Angelegenheiten praktisch und verantwortungsvoll anzugehen. Es ist ein Tag, an dem du dich auf Stabilität und solide finanzielle Entscheidungen konzentrieren solltest. Die Vier der Schwerter ist eine Karte der Ruhe, der Erholung und der Selbstreflexion. Sie deutet auf eine notwendige Pause hin, um sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Heute ermutigt dich die Vier der Schwerter dazu, eine Pause einzulegen und vom Druck des Alltags Abstand zu nehmen. Es ist eine Zeit, in der du dich ausruhen, über deine Umstände nachdenken und neue Kraft und Klarheit gewinnen kannst, bevor du weitergehst. In ihrer Beziehung zueinander weisen diese Karten auf die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen deinem materiellen und spirituellen Wohlbefinden hin. Der Teufel warnt vor übermäßigem Materialismus und Anhaftung, während der König der Münzen die Bedeutung von praktischer finanzieller Stabilität hervorhebt. Die Vier der Schwerter unterstreicht die Notwendigkeit, eine Pause einzulegen und über deine Prioritäten und dein allgemeines Wohlbefinden nachzudenken. Achte heute auf das Gleichgewicht zwischen deinem materiellen Streben und deinem inneren Frieden. Achte auf ungesunde Anhaftungen oder Obsessionen, die deinen Fortschritt behindern könnten, und strebe nach finanzieller Stabilität und verantwortungsvollen Entscheidungen. Vergiss jedoch nicht, dir Zeit für Ruhe und Selbstreflexion zu nehmen, um deine Gesundheit und dein Gleichgewicht zu erhalten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!